Der Detektiv Harald Harst von Walter Kabel, Band 2, das Geheimnis des Schentowosees. Erstes Kapitel. Einer, der Schentowose kennt. Harald Harst hatte soeben mit seiner Mutter den Morgenkaffee eingenommen und ihr dabei von der in der vergangenen Nacht im Universum-Club abgeschlossenen Millionenwette und von seiner ersten Aufgabe erzählt. Frau Harst war glücklich in dem Gedanken, dass ihr einziger infolge dieser Wette über den Verlust seiner heißgeliebten Braut leichter und schneller hinwegkommen würde, da er sich ja verpflichtet hatte, zwölf seltsame Begebenheiten oder schwierige Kriminalfälle aufzuklären. Während sie dann ihre gewohnte Tagesbeschäftigung begann, die kaum vermuten ließ, dass sie die Witwe eines vielfachen Millionärs war, prüfte ihr Sohn in seiner im Erdgeschoss gelegenen Wohnung, am Schreibtisch seines Arbeitszimmers sitzend, die große Spezialkarte von Pommern, die sein Privatsekretär und Gehilfe Max Schraut ihm frühmorgens hatte besorgen müssen. Das Dorf Schentowow sowie das gleichnamige Schloss und der See lagen unweit des Städtchens und der Bahnstation Malchin an der Hauptstrecke Stettin-Stolp-Danzig. Dann sah Harst das Kursbuch ein und entschied sich für den 11 Uhr-Abendschnellzug. Er wollte nachmittags nochmals das Grab Marga Mildens besuchen, bevor er durch die Reise nach Schentowow seinen neuen Lebensabschnitt einleitete, seine Tätigkeit als Liebhaberdetektiv. Er, der bisherige Staatsanwaltschaftsassessor, hatte ja gerade durch die Ermittlung des Mörders seiner Braut abermals bewiesen, wie sehr er sich für diesen ganz besonders geartete Fähigkeiten erfordernden Beruf eignete, dessen Vorbedingungen weit umfassende Allgemeinbildung und ebenso gründliche Kenntnis aller mit der Kriminalistik eng zusammenhängenden Wissensgebiete in seiner Person aufs Beste erfüllt waren. Er saß jetzt zurückgelehnt da und schaute sinnend durch das Fenster auf die im hellen Frühlingssonnenschein daliegende Straße hinaus. Das Geheimnis des Schentowow-Sees. Das war alles, was seine Wettgegner ihm mitgeteilt hatten. Um welche Art von Geheimnis es sich handelte, dies hatten sie ihm festzustellen überlassen. Es mussten jedenfalls mit diesem See mysteriöse Vorgänge verknüpft sein, die zumindest dort in jener Gegend ziemlich allgemein bekannt waren. Und Harst ließ seine Fantasie nun spielen und erwog, wie beschaffen diese Rätsel sein könnten. Lag ein unaufgeklärtes Verbrechen etwa ein Mord vor? Wohl kaum, sonst hätten die Wettgegner dieser ersten Aufgabe eine genauere Fassung gegeben. Es klopfte. Harst rief, herein! Es war Max Schraut, der frühere Komiker und Taschendieb, den er bei den Ermittlungen nach Marga Mildensmörder bereits als treuen und gewandten Gehilfenschätzen und als reuigen Entgleisten kennengelernt hatte. Schraut spielte hier im Hause der Frau Auguste Harst, den würdigen, älteren, graubärtigen Herrn, während er doch kaum die 40 erreicht hatte und ohne falschen Bart und Perücke ganz anders aussah. Diese Verkleidung war nötig, denn die Polizei suchte ihn als entsprungenen Strafgefangenen. Herr Harst, ich habe soeben die Morgenblätter durchgesehen, begann er sofort eifrig und breitete auf dem Schreibtisch die am meisten gelesene Zeitung Berlins aus. Denken Sie, die ganze Wettgeschichte steht schon haarklein unter aller Neuestes und selbst unsere erste Aufgabe ist erwähnt, was für uns insofern sehr angenehm ist, als der Verfasser dieses Artikels recht genau über das Geheimnis des Sees unterrichtet zu sein scheint. Er deutete dabei auf eine bestimmte Stelle eines längeren Aufsatzes mit der Überschrift »Eine Millionenwette im Universum-Club«. Harst hatte sich vorgebeugt und las. Besonders interessierte ihn natürlich Folgendes. Tatsache ist, dass sich im vergangenen Herbst auf dem Grunde des Sees seltsame, wandernde Lichterscheinungen nachts zeigten, für die niemand eine Erklärung fand. Dann wurde dasselbe geheimnisvolle Leuchten vor fünf Wochen abermals beobachtet, und es ist seitdem in unregelmäßigen Zwischenräumen, zumeist in besonders dunklen, regnerischen Nächten, verschiedentlich von einwandfreien Zeugen gesehen worden. So zum Beispiel auch von einem Kriminalkommissar, der in einer nahen Kreisstadt dienstlich zu tun gehabt und die Gelegenheit benutzt hatte, diese etwas rätselhafte Angelegenheit zu prüfen, die in der dortigen Gegend schnell allerlei abergläubische Märchen von einer Seenixe hervorgerufen hat. Jener Beamte wäre dabei fast das Opfer eines ebenfalls geheimnisvollen Unfalls geworden. Als er allein in einem primitiven Nachen, einem aus Brettern zusammengeschlagenen sogenannten Seelenverkäufer, der Stelle zu ruderte, wo es in der Tiefe hin und wieder hell aufleuchtete, kippte der Kahn urplötzlich ohne jede erkennbare Ursache um und traf dann den gerade wieder auftauchenden Kommissar, einen vorzüglichen Schwimmer gegen den Hinterkopf, dass der Beamte beinahe die Besinnung verloren hätte. Der Kommissar führt dieses Umkippen des Seelenverkäufers auf einen plötzlichen Schwindelanfall seinerseits zurück. Im Dorfe Schentovo kursieren jedoch allerlei Gerüchte, dass auch einem Gast des Besitzers des Schlosses Schentovo, des Grafen von Lippstedt, genau dasselbe gefährliche Missgeschick begegnet sein soll. Dass dieser Gast, ein Professor ebenfalls beinahe, ertrunken wäre und dass die Seenixe auf diese Weise die Neugier der Menschen bestrafe. Man kann gespannt sein, wie Herr Harst als Liebhaber-Detektiv sich mit alledem abfinden wird. Auch uns erscheint es dringlich geboten, jene merkwürdigen Vorgänge aufzuklären, die unseres Erachtens vielleicht doch nicht ganz harmloser Natur sind, wenn sich auch die Sachlage von hier aus kaum zutreffend beurteilen lässt. Harald Harst legte die Zeitung auf den Tisch zurück. Er hatte mit steigender Spannung die Zeilen überflogen. Trotzdem behielt sein Gesicht den kühlgelassenen Ausdruck bei. Und als er nun schraut mit einem »wirklich recht eigenartig« leicht zunickte, verriet auch der Ton seiner Stimme nichts von seinen bereits der Gegenwart weit vorauseilenden Gedanken. Nur eins tat er. Er entnahm seiner goldenen Zigarettendose eine jener dicken, etwas süßlich duftenden Zigaretten, die er nur für sich in einer Fabrik nach seinen eigenen Angaben aus bestimmten Tabaksorten herstellen ließ und denen er den Namen »Mirakulum«, »Wunderwerk« gegeben hatte, zündete sie mit dem ihm eigenen gemessenen und doch keineswegs gezierten Bewegungen an, blies ein paar tadellose Rauchringe in die Luft und fügte dann dem »wirklich recht eigenartig« ganz plötzlich lebhafter hinzu. »Ah, wir bekommen wirklich Besuch. Gehen Sie lieber schraut und öffnen Sie dem Herrn die Haustür, der da soeben die Gartenpforte zuwirft. Fraglos ein temperamentvoller Mensch, auch etwas rücksichtslos. Würden alle Besucher die Pforte derart zuschmettern, wäre sie bald erneuerungsbedürftig. Bleiben Sie dann hier im Zimmer. Setzen Sie sich dort an den Mitteltisch und tun Sie, als ob Sie mit einer Schreibarbeit beschäftigt wären. Der Herr trat ein. Es war ein schlanker, sehr gut gekleideter, jüngerer Mann, etwa Ende der Zwanziger. Er trug den blonden, starken Schnurrbart lang ausgezogen und hatte ein leicht gebräuntes Gesicht mit einem nie ganz daraus verschwindenden, hochmütigen Zug um den schmallippigen Mund. Von Blenkner stellte er sich hast vor und nahm dann sofort auf dem ihm angebotenen Club-Sessel neben dem Schreibtischplatz, schlug ein Bein über das andere, schaute sich recht zwanglos in dem mit vornehmem Geschmack eingerichteten Zimmer um und sagte mit einem Blick auf den scheinbar eifrig, im Hintergrunde schreibenden früheren Schauspieler, »Könnte ich Sie allein sprechen, Herr Harst?« »Mein Privatsekretär ist gleichzeitig mein Vertrauter, Herr von Blenkner. Also bitte, womit kann ich dienen?« »Nun, wenn's sein muss, gut. Ich möchte Sie als Detektiv zu Rate ziehen. Ich habe in der heutigen Morgenzeitung von der Wette im Universum Club gelesen und bin dadurch auf Sie aufmerksam geworden. Sofort ohne Zögern eilte ich hierher, um Sie zu bitten, mich in Malchin zu besuchen, bevor Sie nach Shentovo weiterfahren. Malchin ist ja die nächste Eisenbahnstation. Ich bewohne dort ein kleines Landhaus, das wie geschaffen für mich ist, da ich als Privatgelehrter und Schriftsteller Einsamkeit und unverfälschte Natur ringsum brauche. Ich bin ein Neffe des Grafen Lippstedt auf Schloss Shentovo, unverheiratet und halte mir nur eine etwas ältere Wirtschafterin. Mir ist nun vor zwei Wochen aus einem in die Wand meines Arbeitszimmers eingemauerten Stahlschränkchen ein Umschlag mit Familienpapieren verschwunden. Diese Papiere sind für mich sehr wertvoll. Er ließ sich nun des Längeren über diesen Diebstahl aus und schloss dann mit den Worten, ich nehme an, Sie werden infolge der Wette und Ihrer ersten Aufgabe sehr bald nach Shentovo reisen. Dürfte ich erfahren, wann und ob Sie eine Verkleidung benutzen werden. Ich möchte eben rechtzeitig heimkehren, damit ich Ihnen alles an Ort und Stelle nochmals erklären könnte. Morgen Abend fahre ich, Herr von Blenkner. Eine Verkleidung halte ich für überflüssig. Ich bin auch gern bereit, mich mit Ihrer Angelegenheit zu beschäftigen. Haben Sie schon anderweitig Hilfe in Anspruch genommen? Nein, nein, ich habe sogar die ganze Sache bisher verschwiegen, weil ich selbst versuchen wollte, den Dieb zu entdecken. Wo wohnen Sie hier? Vielleicht reise ich doch erst einige Tage später. Ich möchte Sie dann benachrichtigen. Ich bin seit einer Woche in Berlin und im Fremdenheim Menkwitz am Schiffbauerdamm abgestiegen. Ah, und dort haben Sie wohl beim Morgenkaffee den Bericht in der Zeitung gefunden und werden sicherlich den Kopf über die etwas ungewöhnliche Wette geschüttelt haben, lächelte Harst liebenswürdig. Ganz recht, beim Morgenkaffee. Tja, Ihre Wette ist nicht ganz ungefährlich, Herr Harst. Mir ist ebenfalls zu Ohren gekommen, dass zwei Herren die in Schentowow... Oh, das steht ja alles hier in der Zeitung, Herr von Blenkner. Können Sie mir sonst etwas angeben, was diese Lichterscheinungen anbetrifft und was dieser Artikel nicht enthält? Bedauere! Ich habe mich gehütet, mich mit der Sache näher zu befassen. Ich will gern noch ein paar Jahre leben. Er erhob sich und verabschiedete sich kurz. Als er gegangen war, meinte Harst zu dem ehemaligen Komiker, Bitte, nehmen Sie Papier für einen Rohrpostbrief und schreiben Sie. Anschrift, an Herrn von Blenkner Schiffbauerdamm und so weiter. Sehr geehrter Herr! Da Herr Harst keine Zeit unnötig verlieren möchte, hat er sich entschlossen, doch schon heute Abend abzureisen. Sobald seine Arbeit in Schentowow erledigt ist, wird er sich bei Ihnen in Malchin einfinden. Mit vorzüglichster Hochachtung im Auftrage des Herrn Harst... Hier machte Harst eine Pause, sagte dann, Sie müssen nun doch umgetauft werden, schraut. Denn diesen Ihren wirklichen Namen dürfen Sie als mein Privatsekretär nicht mehr führen. Hier bei uns im Hause war das ungefährlich. Meine Mutter und unsere alte Köchin, die ich nun beide in ihre Verhältnisse eingeweiht habe, sind ebenso verschwiegen wie unser kleiner Bundesgenosse Karl Malke, der für seine 15 Jahre überhaupt ein fast zu frühreifer Charakter ist, dies nur in gutem Sinne gemeint. Wie wär's, wenn wir Sie in Max' Schüler umtauften? Meine Mutter ist eine geborene Schüler und ihr jüngster auf See verschollener Bruder, von dem wir noch verschiedene Legitimationspapiere besitzen, hieß mit Vornamen wie Sie Max. Also gut, Max' Schüler fortan. Sie sind ja schließlich auch mein Schüler, wollen sich in die Geheimnisse der praktischen Kriminalwissenschaften einweihen lassen. Unterzeichnen Sie den Brief an Blenkner also. Schüler, Privatsekretär. Nun, wie hat Ihnen dieser Privatgelehrte gefallen? Ganz sympathische Erscheinung. Sie schütteln den Kopf? Ganz richtig, ein wenig hochmütig und selbstbewusst. Aber auch nicht ganz wahrheitsliebend, scheint mir. Woraus entnehmen Sie Letzteres, Herr Harst? fragte der neu erstandene Max' Schüler erstaunt. Und, weshalb sollte er Sie wohl zu belügen versucht haben? Harst stand auf, zog seinen eleganten Hausrock aus und erwiderte, er sagte, er wäre sofort ohne Zögern hierher geeilt. Er betonte also, wie er auf der Stelle, ohne sich lange zu bedenken, sich auf den Weg gemacht hätte. Er ist ein gebildeter Mann, Schriftsteller, von dem man annehmen muss, dass diese Häufung von Ausdrücken, sofort, ohne Zögern, kein sprachliches Ungeschick gewesen, sondern bewusst geschehen ist. Wir haben jetzt genau zehn Uhr. Wissen Sie, was sich vor zweieinhalb Stunden ganz unvermutet ereignete? Ah, Sie meinen die eine Wolke, die uns einen kurzen, aber heftigen Regenguss brachte, Herr Harst, nicht wahr? Harald Harst nickte. Den Regen meine ich ganz recht. Haben Sie nun bemerkt, dass Blenkners Lackstiefel recht beschmutzt waren? Allerdings nicht, ich gab darauf nicht acht. Sie hätten es tun sollen. Die Stiefel deuteten ja gerade darauf hin, dass er ein wenig mit diesem sofort ohne Zögern geschwindelt hat. Jetzt verstehe ich, Herr Harst, die Regenfeuchtigkeit hätte auf den Straßen durch die Sonne längst beseitigt gewesen sein müssen, wenn er, er traf hier gegen halb zehn ein, wirklich erst, sagen wir, um neun das Pensionat verlassen haben würde, um zu uns zu kommen. Sie entwickeln sich, lieber Schüler. Ich behaupte nun sogar, Blenkner ist von dem Regen hier ganz in der Nähe überrascht worden, hat dann, da er ohne Schirm war, im Laufschritt einen Unterschlupf gesucht und sich nachher in unserer Nachbarschaft noch etwa zwei Stunden herumgedrückt, ehe er sich entschloss, mich aufzusuchen. Max Schrautschüler machte ein verdutztes Gesicht. Harst lächelte unmerklich, ging ins Schlafzimmer und kam fertig zum Ausgehen zurück. Ich habe Arbeit für Sie, meinte er und füllte beide Fächer seiner Zigarrentasche. Sie könnten mal sofort im Fremdenheim Menkwitz kurze Freundschaft mit einem der weiblichen dienenden Geister unter Zuhilfenahme eines Zehnmark-Scheins schließen und feststellen, wann Blenkner heute ausgegangen ist. Er interessiert mich nämlich mehr, als Sie ahnen, lieber Schüler. Er glaubte, er hätte es hier mit Dummen zu tun. Wir wollen ihm das Gegenteil beweisen. Wer mich in zwei Punkten faustdick belügt, führt irgendetwas im Schilde und ist alles andere, nur kein Ratsuchender. Ich sage in zwei Punkten, Nummer eins ist das, sofort ohne Zögern. Nummer zwei, aber die Geschichte von den gestohlenen, wertvollen Familienpapieren. Ist Ihnen hierbei nichts aufgefallen? Nein. Aber ich bitte Sie. Wenn Ihnen etwas Wichtiges gestohlen wird, werden Sie dann 14 Tage untätig bleiben, bis Ihnen zufällig der Name eines bisher ganz unbekannten Liebhaberdetektivs aufstößt. Gibt es nicht hier in Berlin Privatdetektive von Weltruf? Wird ein vernünftiger Mensch ausgerechnet auf Harald Harst und den Zeitungsbericht über die Millionenwette warten? Guten Morgen, auf Wiedersehen. Harst ließ den sehr nachdenklich gewordenen ehemaligen Komiker allein und verließ das Haus, ging dann nach rechts die Blücherstraße, diesen noch wenig bebauten Straßenzug des Vorortes Schmagendorf, hinunter und betrat bald durch die Tür des Bauzaunes ein halbfertiges Gebäude, sprach hier mit einigen Ziegelträgern und schenkte jedem zwei Zigarren. Dann benutzte er das nächste freie Auto zur Fahrt zum Zeitungspalast des verbreitetsten Blattes Berlins. Zweites Kapitel Schraut wird noch klüger Halb zwölf abends, den Wartesaal dritter Klasse des Stettiner Bahnhofs in Berlin betrat ein recht bescheiden gekleideter, buckliger Mann, der außer einem großen Pappkarton noch einen Violinenkasten trug. Er setzte sich in eine Ecke, bestellte ein Glas Bier und sog an seiner Zigarre, die längst ausgegangen war. Dabei überlegte er so allerlei. Dass Harst erst später ihm nach Schentowow folgen wollte und dass er nun dort allein zunächst das, Terrain, sondieren sollte, gefiel ihm gar nicht. Er glaubte sich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Anderseits sagte er sich aber, dass seines Herrn Vorschlag, er solle dort in der Verkleidung eines wandernden Musikanten auftreten, recht gut gewesen war. Nur erschien es ihm überflüssig, dass Harst verlangt hatte, er müsste das Haus in der Blücherstraße, in dem Frau Auguste Harst nun bereits ein Lebensalter wohnte, durch den Gemüsegarten und den hinteren Ausgang des Grundstückes verlassen. Wozu diese Vorsicht? Das sah ja gerade so aus, als nähme sein Herr an, das Haus würde beobachtet. Es wurde Zeit, sich ein Plätzchen in der vierten Klasse des Personenzuges nach Danzig zu sichern. Schrautschüler bezahlte das Bier, nahm Karton und Violinenkasten und schlurfte hinaus auf den Bahnsteig. Seine Maske war vorzüglich. Er war ja auch ein recht befähigter Schauspieler gewesen, ehe er sich dem Trunke ergab und dann schließlich Taschendieb wurde. Nun, er würde diese gefährliche Fingerfertigkeit nie mehr zum Schaden seiner Mitmenschen ausüben. Harst hatte ihn jetzt auf den rechten Weg zurückgeführt und von dieser ehrlichen Straße wollte er nie wieder abweichen, nie wieder. Der Andrang zum Personenzuge war nicht groß. Er fand in der vierten ein Eckplätzchen und machte es sich bequem. Nach ihm kamen noch zwei Frauen mit vielen Paketen und ein älterer Mann herein. Dann, nach einer Weile noch ein Kollege von ihm, ein rotbärtiger, schlotteriger Mensch mit einer blauen Brille und einer kleinen Drehorgel. Der Drehorgelspieler nickte ihm, als er den Violinenkasten sah, kameradschaftlich zu und stellte sein Instrument auf die Bank neben ihn, sagte dazu mit heiserer Säuferstimme, »Passen Sie doch ein bisschen auf meine Quietschkiste auf!« Dann verließ er den Wagen wieder und kehrte erst zurück, als der Zug sich bereits in Bewegung setzte. Er nahm mit einem »Na, da wären wir ja!« neben Schrautschüler Platz und holte eine dicke Stulle hervor. »Möchten Sie was abhaben?« fragte er. »Ich bin von Frau Auguste Harst gut versorgt worden.« »Sie sind's?« stotterte der Komiker. »Vorsicht! Wir sind Kollegen, die sich hier zufällig getroffen haben. Danach richten Sie sich. Hier, greifen Sie zu. Essen Sie. Wir haben mit dem Bummelzug zwölf Stunden zu fahren. Glaubten Sie wirklich, ich wollte Sie allein reisen lassen? Nein, da hätte ich wohl kaum unseren jungen Freund Karl Malke nachmittags mit so viel Aufträgen herumgehetzt und mir von Ihnen nicht noch schnell eine Unterrichtsstunde im Schminken, Bad befestigen und so weiter geben lassen. Nicht wahr? Die Hausmacher-Dauerwurst meiner Mutter ist großartig. Wenn der Schaffner die Fahrkarten prüfen kommt, wollen wir fragen, ob wir nicht hier und in den anderen Wagen vierter ein wenig musizieren dürfen. Vielleicht haben wir Glück und stöbern einen braven Landmann aus Schentowow oder um Gegend auf, mit dem wir uns anbiedern können. Sie verstehen, Kollege, so ein bisschen aushorchen nach diesem und jenem. Übrigens Blenkner war vorhin auf dem Bahnsteig. Er hat wohl gedacht, wir hätten den Elf-Uhr-Schnellzug versäumt. Er hatte auch seinen Freund wieder mit, denselben Mann, der heute Nachmittag in der Blücherstraße patrouillierte. Ist Ihnen das nicht aufgefallen? Nein? Aber, Kollege, Sie wollen doch Detektiv werden. Da muss einem alles aufstoßen, alles, jede Kleinigkeit, auch Kalkspuren am Stiefeloberleder, das einen dann auf einem Neubau hinleitet, wo man durch eine Zigarrenspende erfährt, dass Blenkner dort vor dem Regenguss Schutz gesucht hat. Aha, endlich, Herr. Nein, nicht Herr, sondern Kollege. Endlich höre ich nun auch Näheres über das, was... Ja, alles werden Sie hören. Es ist recht viel. Es ist das Vorspiel für Schentowow. Also ich war bei dem Chefredakteur der bewussten Zeitung. Diese verdankt die Einzelheiten über das Geheimnis des Sees, einem Briefe mit unleserlicher Unterschrift. Das Schreiben traf gestern 11 Uhr abends durch einen Dienstmann ein, eine Stunde nach Abschluss der Wette also, die ja bereits tags zuvor in Anregung gebracht worden, aber noch nicht in ihren einzelnen Bestimmungen festgelegt war. Wie gesagt, unleserliche Unterschrift. Einleitende Sätze etwa, es dürfte Sie interessieren, das soeben im Universum Club und so weiter. Ich kann Ihnen nun aufgrund eigener Sachkunde über diese erste Aufgabe, das heißt, über das Geheimnis des Schentowow-Sees, Folgendes mitteilen. Auf diese Weise war das Blatt imstande, gleich morgens seinen Lesern jene Einzelheiten zu bringen. Unleserliche Unterschrift und falsche Adresse, denn ich habe Markgrafenstraße Nummer 35 das ganze Haus abgeklappert. Da wohnt nicht einer, der Schentowow kennt. Was hätten Sie nun nach diesen Feststellungen getan, Kollege? Tja, schwer zu sagen. Leicht zu sagen. Der Briefschreiber muss doch fraglos unter den Mitgliedern des Clubs einen Bekannten gehabt haben oder selbst zum Club gehören. Woher sonst die schnelle Kenntnis vom Abschluss der Wette und sogar vom Inhalt der ersten Aufgabe? Ich fuhr also in den Club und fragte zunächst den Hauswart, ob gestern Abend kurz nach 10 Uhr jemand von den Herren das Clubhaus verlassen hätte. Antwort, ja, Herr Dr. von Belz, zusammen mit dem Herrn, der schon einige Male in letzter Zeit als Gast hier war. Da wusste ich Bescheid. Dieser Gast konnte es sein, der die Redaktion eine Stunde später benachrichtigt hatte. Und dieser Gast? Ich darf wohl den Namen nennen, unterbrach Schrautschüler ihn schnell. Es wird derselbe Herr sein, den mir heute Vormittag das Stubenmädchen im Fremdenheim Menkwitz als den Intimus Blenkners bezeichnete, der Güterdirektor Bollschwing aus Schentowow. Stimmt, Bollschwing, der hier in Geschäften weilt und der die Besitzungen des Grafen von Lippstedt, des Schlossherrn von Schentowow, denken Sie an den Artikel, verwaltet. Derselbe Bollschwing auch, der vorhin Blenkner die Arbeit abnahm, diesen Zug nach uns zu durchsuchen, natürlich nur die erste und zweite Klasse, denn mich als Millionärssohn vermutete man nicht dritter oder gar vierter Güte und der nachmittags unsere Blücherstraße unsicher machte. So, nun wissen Sie alles bis auf den Inhalt eines Telefongesprächs nach außerhalb und einen Besuch bei Dr. von Belz und einen zweiten bei einem Privatdetektiv. Und nun zeigen Sie, dass Sie Schlussfolgerungen ziehen können. Bollschwing und Blenkner stehen zu dem Geheimnis des Sees irgendwie in Beziehung und, und, ja, das wäre wohl alles. Nun, etwas wenig, lieber Kollege. Wir müssen Folgendes beachten. Blenkner hat uns belogen. Er hat, wie Sie herausgefunden haben, das Fremdenheim bereits um sieben Uhr morgens gemeinsam mit Bollschwing verlassen, der eine halbe Stunde vorher zu ihm gekommen war. Und er hatte eine Morgenzeitung überhaupt noch nicht zu Gesicht bekommen, als er mit dem Güterdirektor fortging. Erst um halb zehn erscheint er dann bei mir. Er findet sehr ungeschickt als Vorwand seines Besuchs die Geschichte von dem Diebstahl und fragt, wann und ob ich in einer Verkleidung zu reisen gedenke. Ich glaube, diese Frage war der Hauptzweck seines Kommens. Der Nebenzweck aber der, mich von Angesicht zu Angesicht kennen zu lernen, nachdem er umsonst in der Blücherstraße von etwa halb acht an darauf gewartet hatte, dass ich meine Wohnung verlassen und ihm so Gelegenheit geben würde, mich draußen genauer betrachten zu können. In dieser Zwischenzeit wird ihm dann der Einfall gekommen sein, persönlich bei mir vorzusprechen, unter einem Vorwand, den er wahrscheinlich für sehr gelungen hält. Gewiss Bollschwing, der mich ja im Club gesehen haben muss, wenn ich mich auch nicht auf ihn bei der Menge der eingeführten Gäste besinne, wird Blenkner eine genaue Beschreibung von mir gegeben haben. Und nachmittags finden wir dann Bollschwing in der Blücherstraße, wo er sich doch nur meinetwegen stundenlang aufgehalten haben wird. Was geht aus alledem mit unfehlbarer Sicherheit hervor? Sehr einfach. Ein so übergroßes Interesse dieses Freundespaares an dem Manne, der sich anmaßt, das Geheimnis des Sees zu ergründen, dass man notwendig auf den Gedanken kommen muss, diese beiden Herren stehen zu dem Geheimnis in irgendwelchen nicht ganz einwandfreien Beziehungen, die sie veranlasst haben, mir jene etwas stark auffällige Aufmerksamkeit zu schenken. Kurz, sie fürchten mich, wollen daher wissen, wann und ob ich verkleidet fahren werde und geben sich alle Mühe, mich schon vor meiner Abreise so etwas dadurch ängstlich zu machen, dass sie, den Kommissar und den Professor für den Zeitungsbericht erfinden, ich sage erfinden, Mich hatte es nämlich stutzig gemacht, dass Blenkner heute Vormittag bei uns erklärte, auch ihm wäre so etwas ähnliches mal zu Ohren gekommen. Er gebrauchte vorsichtigerweise diese Worte, um sich nicht festzufahren. Mir fielen sie aber auf, da er doch als Neffe des Schlossherrn von Schentowow ohne Zweifel sehr genau über jene Unfälle hätte unterrichtet sein müssen und nicht behaupten durfte, ihm wäre dergleichen nur zu Ohren gekommen. Ich wollte sofort Gewissheit haben und ließ mich mit dem Gemeindevorsteher in Schentowow telefonisch verbinden, bat um strengste Diskretion und fragte nach dem Kommissar und dem Professor, die beinahe auf dem See verunglückt wären. Antwort, hier ist nichts dergleichen bekannt und auch nicht passiert, ganz bestimmt nicht. Ich müsste das wissen. Der Herr Graf von Lippstedt hat die Sache nur im letzten Herbst durch einen Detektiv untersuchen lassen. Dieser ist aber sehr bald wieder abgereist. Der Detektiv hieß Holzmüller und war ein Berliner. So, Kollege, nun wissen Sie auch, was es mit dem vorhin erwähnten Telefongespräch nach außerhalb für eine Bewandtnis hat und nun brauche ich nur über die Besuche bei Dr. von Belz, meinem Clubgenossen, und bei Detektiv Holzmüller kurz zu sprechen. Belz lobte, er ist zuverlässig und verschwiegen, Bollschwing über alle Maßen als vornehmen Charakter und tadellosen Ehrenmann. Auch Blenkner ist ihm persönlich bekannt. Über diesen hörte ich ein ähnliches Urteil nur mit der kleinen Einschränkung. Sehr adelsstolz und verschlossen. Dann zu Holzmüller. Der war eine Niete. Wusste nichts, gar nichts von Bedeutung, hatte acht Tage im Schloss Shentovo, das ganz dicht am See liegt, gut gegessen und getrunken, 400 Mark Honorar eingesteckt und nur ermittelt, dass der See steinigen Grund hat und durchschnittlich acht Meter tief ist. Während seiner Anwesenheit blieb das rätselhafte Leuchten aus. Die Seenixe streikte eben. Harst hatte inzwischen zwei belegte Brote verzehrt, klappte nun den Deckel seiner Drehorgel auf, in die ein Vorratskasten oben eingebaut war und sagte, Karl Malke hat für das Ding 200 Mark bezahlt. Es ist noch ziemlich neu, spielt drei Walzer, ein Volkslied, einen Marsch und einen Choral. Wir werden gemeinsam hier im Zuge musizieren. Sie begleiten die Walzer auf der Geige. Diese Art Orchester ist neu. Er holte ein Konjakfläschchen heraus und reichte es Schrautschüler. Nehmen Sie einen Schluck. Etwas Schnapsgeruch gehört zum Musikanten, meinte er. Wohl bekomms. Trinken wir auf einen guten Erfolg. Wir haben ja die besten Aussichten dazu. Wäre Blenkner nicht als Ratsuchender bei mir erschienen, so würden wir jetzt noch so gut wie nichts wissen. Nun aber sind wir bereits gewarnt vor diesem Freundespaar, das uns fraglos in Schentow wo gern das Leben recht sauer machen würde, wenn sie es könnten und das sich nun geteilt hat und getrennt seine dunklen Zwecke weiter verfolgen wird, nämlich Blenkner in Berlin und Bollschwing daheim in Schentowow, denn der Güterdirektor sitzt vorn in einem Abteil zweiter dieses Zuges. Das ist vorläufig meine letzte Neuigkeit. Schrautschüler schaute etwas verlegend rein. Neben ihnen kommt man sich nicht gerade sehr geistvoll vor, Herr Harst, meinte er kleinlaut. Sie haben ja bei der Ermittlung des Doppelmörders Menkwitz vorzügliches geleistet, ich denke dabei besonders an das Taschentuch, aber die jetzige Arbeit scheint mir doch die feinere besser durchdachte. Oh, das soll sich erst herausstellen. Wir sind ja erst am Anfang, warten wir die Fortsetzung ab. Da ist auch der Fahrkartenschaffner. Er fragte diesen, ob sie nicht hier ein wenig Musik machen könnten. Er hielt jedoch die Antwort, die Reisenden wollten nachts schlafen. Morgens wäre das etwas anderes. Harst hatte jedoch in diesem Falle falsch gehofft. Trotz der Anbiederung mit den Reisenden sämtlicher Wagen vierter Klasse fand er dann keinen Mitfahrenden, der aus Schentowow oder der Nachbarschaft stammte. Nachmittags gegen zwei Uhr traf der Zug auf der kleinen Station Malchin ein. Hier stieg auch Bollschwing, ein kräftiger, stattlicher Mann in den besten Jahren aus und begab sich zu dem auf ihn wartenden leichten Jagdwagen, rief dem Kutscher zu. Er solle zum Pommerschen Hof vorausfahren und ging dann zu Fuß in das Städtchen hinein, das sich zu beiden Seiten des Bahnhofs hinzog. Bollschwing schritt sehr eilig dahin. Harst gab Schraut die Anweisung, ihn in einer Kneipe, an der sie vorüberkamen, zu erwarten. Mit der Drehorgel auf dem Rücken hielt er sich stets einige 30 Meter hinter Bollschwing, der bald eine Art Vorstadt betrat, deren Villengrundstücke sämtlich in einer Waldlichtung lagen und an den Forst grenzten. Das letzte Haus war des Güterdirektors Ziel. Es war von Tannen und Buchen dicht umgeben. Harst zweifelte nicht, dass es dasjenige des Schriftstellers Blenkner wäre. Nachdem er die Drehorgel eiligst in einem nahen Gebüsch versteckt hatte, kletterte er von der Seite über den niedrigen Holzzaun und schlich auf das kleine, freundliche Gebäude zu. Der Garten war recht groß und als Harst nun eine laute Stimme hörte, die wiederholt, »Marie, Marie«, rief, dachte er sogleich an Blenkners alte Wirtschafterin. Er wagte sich weiter vor. Schlimmstenfalls konnte er ja den Bettler spielen. Marie hatte im Gemüsegarten die Erdbeerbeete in Ordnung gebracht, kam nun Bollschwing entgegengelaufen und wurde von diesem durch Handschlag begrüßt. Harst lag jetzt hinter einem großen Jauchefass. Aber die beiden sprachen so leise, dass er nur wenige Worte verstand. Drittes Kapitel Das gräfliche Paar Eine Stunde später überholte der Jagdwagen, auf dem der Güterdirektor zum Gut Schentovo fuhr, auf der Chaussee zwei Musikanten. Bollschwing saß ganz in der Haltung eines Mannes da, auf dessen Haupt allerlei Sorgen lasten. »Ich möchte Gedankenleser sein«, meinte Harst. »Wer weiß, worüber der jetzt nachgrübelt.« »Dann wäre die Detektivarbeit eine Kleinigkeit, Herr Harst, dann könnte auch ich eine Millionenwette eingehen.« »Tja, eine Kleinigkeit, das schon. Aber auch eine langweilige Geschichte. Jeder Reiz würde schwinden. Gerade das macht ja das Anregende dieses Berufs aus, dass man zu stetem schärfstem Denken gezwungen ist. Ich habe mir zum Beispiel soeben nochmals die Worte durch den Kopf gehen lassen, die von dem, was ich vorhin in Blenkners Garten erlauschte, allein Beachtung verdienen. Es sind dies die halben Sätze aus Bollschwings Munde wie »Nie vergessen, dass er ein sehr gefährlicher Gegner ist.« »Ich bin nicht eingebildet, aber ich möchte wetten, diese Worte bezogen sich auf mich. Der Direktor wird die Alte vor mir gewarnt haben.« Max Schraut erklärte, er wäre derselben Überzeugung. Dann fragte er zögernd, »Ich weiß ja, Sie lassen sich nicht gern über Dinge aus, die nur leere Vermutungen sind, aber würden Sie mir nicht ausnahmsweise mitteilen, was Sie überhaupt von diesem rätselhaften Leuchten in den Tiefen des Sees halten?« Nun, eine Naturerscheinung kommt hier nicht in Frage. Es gibt zwar leuchtende Weidenstümpfe, es gibt Irrlichter, das sind leuchtende Sumpfgase, es gibt Leuchtkäfer und so weiter, doch all das nur auf dem Lande in sauerstoffhaltiger Luft. Unter Wasser sind, mit Ausnahme des sogenannten Meeresleuchtens im Mittelmeer, noch keine auf natürliche Ursachen zurückzuführenden Lichterscheinungen beobachtet worden. Ich habe mich hierüber daheim genau unterrichtet durch Nachlesen im Konversationslexikon. Was sonst also? Die Theorie, die ich mir da zurechtgebaut habe, ist zu fantastisch, als dass ich sie Ihnen auftischen könnte, lieber lernbegieriger Schüler. Sie würden mich auslachen tatsächlich, wenigstens innerlich, und aus Höflichkeit würden Sie sich vielleicht so äußern. Herr Harst, Schatzgeschichten gehören zum Rüstzeug von Familienromanschreibern. Trotzdem, wer kann wissen? Nein, lassen wir jetzt noch alles nachsinnen als zwecklos unterwegs, halten wir uns lediglich an das Tatsächliche. Und das ist der Verdacht gegen Bollschwing und Blenkner, hier müssen wir die Sache anpacken. Und deshalb will ich auch, sobald wir in der Dorfherberge in Schentowow angekommen sind, zuerst zu dem Gemeindevorsteher gehen und mich diesem anvertrauen, falls der Mann auf mich einen guten Eindruck macht. Es war bereits kurz nach sechs Uhr, als Harst sich, jetzt ohne Drehorgel, zu dem Gemeindevorsteher begab, der gleichzeitig den größten Bauernhof in Schentowow besaß. Das Dorf lag keine fünfzig Meter vom See ab, auf dem flachen Nordufer. Der kleine See selbst war fast kreisförmig und im Übrigen von bewaldeten, ziemlich steilen Höhen eingeschlossen. Das Schloss und die Baulichkeiten des Rittergutes Schentowow wieder erhoben sich mehr nach Osten zu, ungefähr 100 Meter vom Dorf entfernt. Der Gemeindevorsteher Schimmek war nicht zu sprechen. Seine Frau erklärte Harst, der Herr Graf wäre bei ihrem Manne, er müsse also warten oder später wiederkommen. Als Harst noch mit ihr im Vorgarten stand, erschien auf der Dorfstraße derselbe Jagdwagen, der den Güterdirektor von der Bahn abgeholt hatte. Jetzt kutschierte eine sehr elegant gekleidete Dame, während hinten stocksteif ein Diener in Livret saß. Der Wagen hielt vor dem Gehöft. Trotzdem blieb Frau Schimmek ruhig. Wo sie war, bückte sich und pflückte ein paar Rosenblätter ab, auf denen Blattläuse wie besät saßen. Da rief eine helle Stimme, »Frau Schimmek, mein Mann ist doch bei Ihnen!« »Jawohl, Frau Gräfin!« Darauf ging sie langsam die Steinstufen zur Haustür empor. Harst beobachtete alles mit den kritischen Blicken und den ebenso kritischen Gedanken des erfahrenen Menschenkenners. »Hier stimmt irgendetwas nicht«, sagte er sich. Die Schimmek benimmt sich der Gattin des Gutsherrn gegenüber, in einer Weise, als gäbe es zwischen ihnen eine starke Abneigung, mehr noch, als sähe die Bauernfrau jene nicht recht für voll an. Die Gräfin Lippstedt stieg aus und betrat den Vorgarten. Sie war eine schlanke, große Erscheinung mit einem schmalen, stark gepuderten Gesicht und nachgetuschten Augenbrauen. Harst hatte diese Toilettenkünste mit einem schnellen Blick erfasst, als er die Dame unterwürfig gegrüßt hatte. Der Gruß blieb unerwidert. Harst war für die Gräfin Luft. Sie ging auf dem Hauptweg auf und ab, recht ungeduldig und hastig, schaute immer wieder zur Haustür. Gut zehn Minuten später kam der Graf heraus, begleitet von dem Gemeindevorsteher. »Auf Wiedersehen, lieber Schimmek« »Und umgehend telefonische Meldung, sobald Sie irgendetwas Neues oder auch nur mit der Sache ganz entfernt Zusammenhängendes hören.« Schimmek verbeugte sich wortlos und verschwand wieder im Hause. Der Graf stutzte, als er Harst erblickte, und überhörte sogar die Frage seiner Frau. »Hat er sich nochmals gemeldet, Erwin?« Graf Lippstedt mochte Mitte dreißig sein. Er war sehr groß, trug Spitzbart, sah auffallend bleich aus und hatte dunkle, streng blickende Augen. Seine Haltung war die eines kränklichen, schwächlichen Menschen, vornüber gebeugt mit vorgedrückten Schultern. »Wer sind Sie?«, fragte er Barsch. Harst zog den schäbigen Filz und erwiderte ganz bescheiden, »Ein Drehorgelspieler. Sehr zu dienen. Ich wollte. Ihre Papiere. Her damit. Nun, wird's bald.« Das war eine böse Patsche für Harst. Papiere, daran hatte er nicht gedacht. »Ich, ich habe Sie in der Herberge in meiner Drehorgel gelassen,« meinte er nun doch recht zuversichtlich. »Was wollten Sie hier beim Gemeindevorsteher?« »Um leichte Arbeit bitten. Mein Geschäft geht schlecht.« Der Graf lachte auf. »Arbeit! Euer Einer und Arbeit!« Da mischte sich die Gräfin ein. »Erwin, so lass doch den Mann!« »Bollschwing wartet auf dich!« »Mag er warten,« rief er unwirsch. »Du kannst dir wohl denken, Tiller, weshalb ich...« Er beendete den Satz nicht, wandte sich wieder an Harst. »Gehen Sie langsam voraus zur Herberge.« »Aber ich warne Sie vor einem Fluchtversuch. Ich trage einen Revolver bei mir. Ich bin hier gleichzeitig Amtsvorsteher.« Harst verließ den Vorgarten. Der Graf und die Gräfin folgten dicht hinter ihm im Wagen. »Vor der Herberge«, rief Lippstedt, »holen Sie Ihre Papiere!« Inzwischen hatte Harst sich schon überlegt, wie er aus dieser Klemme am besten herauskäme. Max Schraut saß im Gastzimmer und las in einem alten Kalender. Der Wirt war schnell hinter dem Schanktisch hervorgestürzt und bediente nun draußen das gräfliche Paar. »Her mit Ihren Papieren«, raunte Harst seinem Gehilfen zu. »Graf Lippstedt will Sie sehen. Bisher hat er nach meinem Namen nicht gefragt.« »Oha! Das fehlte gerade noch.« Er hatte einen Blick zum Fenster hinausgeworfen. Er hat einen Polizisten herbeigewinkt. »Doch, vielleicht ist's ganz gut so. Man wird mich sicher einsperren, Kollege. Gehen Sie zum Gemeindevorsteher und stellen Sie sich als Harald Harst vor.« »Die Schimmeks sind den Gutsherrschaften nicht sehr gewogen. Bitten Sie Schimmek um strengste Diskretion und lassen Sie sich alles erzählen, was hier in der Gegend in den letzten Jahren an irgendwie auffälligen Ereignissen vorgekommen ist. Ich werde versuchen recht bald«, da trat der Polizist ein, wuchtig, schwerfällig und mit unheilverkündender Miene. Harst ging ihm entgegen. »Herr Wachtmeister, ich will ehrlich sein. Ich besitze keine Papiere. Sie sind mir letztens gestohlen worden.« »Ach was? Gestohlen? Kommen Sie mit!« Draußen fragte der Graf den Drehorgelspieler nach dem Namen, schaute ihn dabei in einer Weise an, dass Harst aus diesen bohrenden Blicken, die dennoch eine gewisse ängstliche Unruhe verrieten, die Bestätigung einer Vermutung entnahm, die schon im Garten des Gemeindevorstehers in ihm aufgezuckt war. »August Müller, gnädiger Herr«, erwiderte er recht kläglich. Auch die Gräfin hatte sich nun weit vorgebeugt und musterte Harst mit ähnlichen Blicken. »Bringen Sie den Menschen sofort nach Malchin ins Amtsgerichtsgefängnis«, befahl der Graf dem Polizisten. »Ich werde morgen persönlich mit dem Amtsrichter dieser halb Rücksprache nehmen. Ich schicke Ihnen vom Gut einen Einspänner. Dann sind Sie noch vor Dunkelwerden in Malchin.« Eine halbe Stunde darauf ratterte ein einfacher Kastenwagen die Chaussee entlang. Harst saß hinten auf einem Strohbündel dem Polizisten gegenüber. Er war jetzt sehr zufrieden, dass er sich nicht der Papiere Schrautschülers bedient hatte, denn er glaubte, abermals etwas entdeckt zu haben, das vielleicht von Wichtigkeit war. Der Graf hatte zu Schimmek gesagt, oder auch nur mit der Sache ganz entfernt Zusammenhängendes, und die Gräfin hatte ihren Gatten als erste Begrüßungsworte gefragt. Hat er sich nochmals gemeldet, Erwin? Hierauf verriet der Graf wieder ein recht seltsames Interesse für den Drehorgelspieler, das er dann seiner Frau gegenüber durch den unvollendeten Satz begründete. »Du kannst dir wohl denken, weshalb ich«, schließlich dann noch die scharf prüfenden, misstrauischen Blicke. All das genügte Harst zu der Annahme, dass Lippstedt ihn für den hielt, der er in Wirklichkeit war, eben für den Liebhaber-Detektiv, der ja bereits einmal von Berlin aus telefonisch mit Schimmek gesprochen hatte. Und nun ließ der Graf diesen Detektiv kurzerhand einsperren, sogar gleich zum Amtsgerichtsgefängnis bringen. Wie war das nun wieder zu bewerten? Harst grübelte über diese Frage gerade nach, als der Polizist plötzlich sagte, »He, Sie, was haben Sie eigentlich ausgefressen, dass unser Graf mit Ihnen so streng umsprang?« Harst meinte, »Ich habe ein reines Gewissen. Man wird mich wieder laufen lassen müssen.« »Na, darauf verspitzen Sie sich man ja nicht. Wenn der Graf erst auf jemand ein Auge geworfen hat, dann...« Er brummelte den Rest in seinen Bart. Schraut war froh, dass man ihn ganz unbehelligt ließ. Der Wirt fragte ihn natürlich, was der andere denn auf dem Kerbholz hätte. »Woher soll ich's wissen? Ich bin dem Leierkastenkollegen erst auf der Chaussee, jenseits Malchin, begegnet,« erklärte der Komiker gleichgültig. »Jedenfalls bin ich ein ehrlicher Kerl. Hier sind meine Papiere, Herr Wirt. Kann ich wohl bei Ihnen ein paar Tage bleiben? Ich bin mit einem Heulager zufrieden. Und ich helfe auch gern ein bisschen mit. Na, wollen mal sehen.« Abends kamen ein paar Bauern zum Skat in die Dorfschenke. Schraut erzählte ihnen gepfefferte Witze und machte Kartenkunststücke. Es ging sehr vergnügt her und der Wirt merkte, dass Max Schraut ein nutzbringender Gast war. So kam's denn, dass Harsts Privatsekretär diese Nacht in einem Stübchen neben dem Schankraum in einem sauberen, weichen Bett schlief, während sein Herr mit den Flöhen des Gerichtsgefängnisses zu derselben Zeit einen ebenso erbitterten wie aussichtslosen Kampf ausfucht. Am Morgen durfte Max Schüler, der Geigenkünstler, den Schweinestall ausmisten. Dann aber zog er es vor, sich zu drücken und zu Schimmick zu gehen. Dieser arbeitete auf seinem Hof an einem Pfluge. Er war ein älterer, ernster Mann mit der ruhigen Art der alteingesessenen, wohlhabenden Bauern. Sein Gesicht verriet jene Schlauheit, die selbst höhere Bildung entbehrlich macht. Als Schraut ihn, nach einigen einleitenden Sätzen, fragte, ob er sich auf seine Verschwiegenheit jedermann gegenüber wohl verlassen könnte, meinte Schimmick bedächtig, das können Sie. Ich merke aus dieser Frage schon, dass Sie kein echter wandernder Musikant sind. Sind Sie etwa gar, Herr Harst? Der Graf sagte gestern zu mir, der Detektiv würde wahrscheinlich in einer Verkleidung herkommen. Ja, ich bin Harald Harst, erklärte der Komiker leise. Nein, danke, nicht ins Haus. Wir können uns auch hier unterhalten. Woher weiß der Graf, dass ich in Schentowau auftauchen würde? Der Gemeindevorsteher erwiderte, Lippstedt wäre gerade bei ihm im Dienstzimmer gewesen, als Harst vorgestern telefonisch um Auskunft über die angeblichen Unfälle auf dem See gebeten hätte. Er zeigte gleich ein großes Interesse für Sie, Herr Harst, fragte, ob Sie mich schon früher mal angerufen hätten und kam dann gestern gegen Abend mit der neuesten Berliner Zeitung zu mir, las mir den Artikel über Sie vor und war sehr aufgebracht darüber, dass dieser Unsinn von dem See nun wieder aufgewärmt würde, wie er sich ausdrückte. Ich soll ihm auch sofort melden, wenn Sie sich hier blicken lassen oder mich nochmals antelefonieren. Natürlich werde ich nun schweigen. Mein Versprechen halte ich. Nun, Sie möchten wissen, weshalb der Graf es nicht gern sieht, dass über das Leuchten in unserem See gesprochen wird. Ja, das ist nun eigentlich eine merkwürdige Sache, Herr Harst. Bevor ich mich darüber auslasse, will ich noch bemerken, dass unser Graf früher, noch vor einem Jahr, ein sehr gemütlicher Herr war. Dann aber kam seine erste Frau, eine geborene Komtesse Hildegard Hersfeld, bei dem Eisenbahnunglück in Köstlin ums Leben, und er heiratete schon nach vier Monaten die jetzige Gräfin Tiller, die bis dahin in Berlin Schauspielerin gewesen sein soll. Er muss sie wohl schon vor dem gekannt haben. Seine erste Gattin war kränklich, und er fuhr sehr viel nach Berlin. Im vorigen Sommer hielt die neue Gräfin nach der Hochzeit, der von der Verwandtschaft nur der Neffe, ein Herr von Blenkner, beigewohnt hatte, hier ihren Einzug. Nun, sie hat es schnell fertiggebracht, sich und leider auch den ganz unter ihrem Pantoffel stehenden Grafen überall unbeliebt zu machen. Sie spielt sich sehr auf, tut, als hätte sie niemals Mathilde Mulack geheißen, hat den Neffen schon zwei Wochen nach der Hochzeit ganz vergrault und den Grafen zudem gemacht, der er heute ist, ein zerfahrener, leicht aufbrausender und körperlich ganz heruntergekommener Mann. Sie hätten ihn früher kennen sollen, Herr Harst, da war er frisch, lebenslustig da, und Schimmek redete in dieser Weise noch eine Weile weiter, bis Schraut ihn fragte, was der Neffe für ein Mensch wäre. Oh, ein sehr netter Herr, ein richtiger Neffe vom Grafen ist's aber nicht, nur ein Sohn einer älteren Schwester seiner ersten Frau. Er ist Schriftsteller und wohnt drüben in der Kreisstadt. So, so, was halten Sie von dem Güterdirektor Bol? Sehr viel, ein Ehrenmann durch und durch. Wenn der nicht auf den Besitzungen des Grafen nach dem Rechten sähe, wäre längst alles verlottert. Wir sind vom Thema etwas abgekommen, Herr Schimmek. Sie wollten mir doch erklären, weshalb es eine merkwürdige Sache wäre, dass der Graf... Ach so, richtig. Nun, zunächst das Leuchten im See. Damit hat's seine Richtigkeit. Ich habe es selbst wiederholt gesehen. Der Graf hat nun immer so getan, als ob ihm die Geschichte sehr gleichgültig wäre. Den Detektiv Holzmüller ließ er nur herkommen, weil der Amtsrichter Mörner in Malchin, es gibt dort nur den einen Richter, ihm den Vorschlag wiederholt gemacht hat, die Angelegenheit doch untersuchen zu lassen. Er hat immer über die Sache gelacht und gesagt, es wären ganz sicher Sumpfgase, die auf dem Seegrund brennen. Aber, Herr Harst, in Wirklichkeit war er doch wohl anderer Ansicht, da er sich viele Nächte im verflossenen Herbst und in diesem Frühjahr in seinem Boot auf dem See heimlich herumgetrieben hat, nachdem er sehr bald nach dem ersten Auftauchen des Spuks streng verboten hatte, dort zu fischen oder Kahn zu fahren. Ja, er ließ sogar alle anderen Kähne und Boote unter einem Vorwand zerschlagen. Und dabei gab er sich vor den Leuten stets den Anschein, als wäre ihm das Leuchten im Wasser nicht mal eines Wortes wert. Schraut hatte sich auf einen Holzklotz gesetzt und überdachte, das soeben gehörte. Schade, dass der echte Harst nicht hier war. Der hätte vielleicht aus Schimmeks recht vielseitigen Angaben manches Wichtige herausgefunden. Schraut versuchte dies auch, aber umsonst. Er sah nur das eine mit aller Deutlichkeit. Das Geheimnis des Sees wurde immer verworrener. Wie sollte man wohl Blenkner und Bollschwing dazu in irgendeine Beziehung bringen? Da begann Schimmek wieder, der inzwischen ein paar Nägel in den hölzernen Pflug geschlagen hatte. Richtig. Eins fällt mir noch ein, Herr Harst, was für Sie vielleicht auch ganz interessant ist. Im letzten Herbst ist der Familienschmuck der ersten Gattin unseres Gutsherrn gestohlen worden. Der Diebstahl wurde von dem Grafen ganz zufällig entdeckt. Die Schmucksachen lagen in einem geheimen Wandfach in seinem Arbeitszimmer, das er selten öffnete. Als er es nach einigen Wochen wieder mal tat, fand er das Schloss zerstört vor und der Schmuck war verschwunden. Unser Polizist hat diese Sache untersuchen müssen, aber natürlich kam nichts dabei heraus. Seit dem Diebstahl waren ja schon Wochen vergangen, wenigstens seit dem Tage, als der Graf das Wandfach zum letzten Mal geöffnet hatte. Es wusste ja auch niemand so recht, wann die Schmuckstücke verschwunden waren. Einen Verdacht gegen irgendwen konnte der Graf auch gar nicht äußern. Ja, Herr Harst, und nun will ich Ihnen schließlich auch noch als Letztes anvertrauen. Aber Sie dürfen um Himmelswillen zu keinem Menschen ein Wort darüber äußern, dass ich persönlich der Ansicht bin, die jetzige Gräfin dürfte bei diesem Diebstahl nicht ganz unbeteiligt sein. Eine Nichte meiner Frau ist im Schloss beim Güterdirektor im Büro beschäftigt, als Gutssekretärin. Sie hat nun mal ein paar Worte eines leisen Gesprächs zwischen Bollschwing und seinem Intimus Blenkner aufgeschnappt. Und aus diesen Worten habe ich mir zusammengereimt, dass die beiden Herren die Gräfin Tiller auch nicht für harmlos halten, was den verschwundenen Schmuck anbetrifft. Anderseits geht hier im Dorfe so ein Getuschel um. Herr von Blenkner wäre der Dieb, was der reinste Unsinn ist. Die Nichte meiner Frau meint, die Gräfin hat an diesem albernen Gewäsch Schuld. Sie sehen, Herr Harst, von den Schlossbewohnern gibt's so allerlei zu berichten. Hoffen Sie nun, die Sache mit dem Leuchten aufklären zu können. Ich helfe Ihnen gern in allem, schon aus Ärger über die Gräfin Tiller, die immer so überlegen lächelt, wenn das Seeleuchten mal erwähnt wird und die dabei doch ebenfalls so und so oft nachts ihren Mann im Boot begleitet hat. Noch vor acht Tagen habe ich die beiden bemerkt. Ich habe manche Nacht geopfert und am Ufer auf der Lauer gelegen, da ich selbst versuchen wollte, hinter diese seltsame Geschichte zu kommen. Ich bin ja nicht ganz ungebildet, Herr Harst, habe eine Landwirtschaftsschule besucht und mich dann allein aus Büchern über vieles unterrichtet. Schraut verabschiedete sich gleich darauf. Wirklich, ein Jammer, dass Harst eingesperrt war, besser, dass er sich hatte einsperren lassen, denn es wäre ihm ja ein leichtes gewesen, dem Grafen gegenüber die Maske zu lüften. Nun, er musste wohl seine Gründe gehabt haben, dass er's nicht tat. Am Nachmittag half Schraut beim Unkraut jäten im Garten und erst nach elf Uhr abends, als die letzten Gäste die Dorfkneipe verlassen hatten, stieg er zum Fenster seines Stübchens hinaus und schlich zum See hinab. Viertes Kapitel Die falsche Theorie Es war Vollmond und klarer Himmel. Schraut hatte sehr bald den bewaldeten Teil des Seeufers erreicht und fühlte sich nun hier im Schatten der Baumkronen weit sicherer. Der See hatte einen Durchmesser von vielleicht 250 Meter. Stellenweise hatten Erdrutsche am Ufer stattgefunden, sodass eine Menge Kiefern, Eichen und Buchen halb im Wasser standen. Dies sah recht eigenartig aus. Als Schraut dann das Schloss Shentovo, einen schlichten Bau mit einem einzigen massigen Turm, sich gerade gegenüber hatte, setzte er sich auf die steile Uferböschung und freute sich des poetischen Bildes, das der stille Waldsee und drüben das Schloss im Mondenschein darboten. Vielleicht bekam er auch den Grafen und die Gräfin im Boot zu sehen, dachte er, oder gar das Seeleuchten. Doch nein, das zeigte sich ja nur in dunklen Nächten, genau so wie das gräfliche Paar als Bootsfahrer. Dann wieder fiel ihm sein Kollege, der Leierkastenmann, ein. Er war neugierig, wann Harst sich wohl wieder hier einfinden und was überhaupt bei dieser ganzen Detektivarbeit herauskommen würde, vermutlich eine Niederlage. Dann war die Wette verloren und Harst seine Million los. Schraut unterbrach hier seine Gedankenreihe und sog prüfend die Luft ein. Er roch etwas, etwas, das er erst kürzlich kennengelernt, den Rauch einer ganz bestimmten Zigarettensorte. Dieser süßliche Geruch war unverkennbar. Nur Harsts Miraculum duftete so und Harst führte im Futter seines Filzhutes Sechspäckchen Miraculum mit sich. Der Wind kam von Westen. Man saß am Kräuseln des Wassers. Schraut drehte also den Kopf nach links und erstarrte zur sitzenden Bildsäule. Denn links, keine vier Schritt von ihm entfernt, lag der Drehorgelspielerkollege lang auf dem Bauch, hatte die Arme aufgestützt auf den weichen Moosboden und nickte ihm nun gemütlich zu. »Kommen Sie etwas näher herangerutscht, Schüler«, meinte Harst und blies dabei den Zigarettenrauch von sich. »Es ist nicht nötig, dass wir uns hier zu laut unterhalten. So, guten Abend also. Wie geht's?« Sie wundern sich, dass ich hier bin. »Ich habe obrigkeitliche Erlaubnis dazu.« Der Amtsrichter Mörner in Malchin und der Gefängnisaufseher, sein Untergebener, machen sich eine Ehre, daraus mich zu unterstützen. Ich habe mich Mörner zu erkennen gegeben, und zwar nachdem der Graf heute Vormittag bei ihm gewesen und ihn gebeten hatte, mich wegen Landstreichens und Bettelns zur Abschreckung mindestens 14 Tage da zu behalten. Der Graf vermutet nämlich in mir jenen Harald Harst, der...« Und so weiter. Und da er mir auf diese Weise 14 Tage Loch verschaffen wollte, natürlich um mich als Detektiv hier kaltzustellen, kann man annehmen, dass er, was das Seeleuchten angeht, Entdeckungen fürchtet, die ihn vielleicht ins Loch bringen können. Übrigens habe ich das gräfliche Paar vorhin im Schlosspark bemerkt. Eine etwas späte Stunde selbst für eine Mondscheinpromenade, doch hierüber ein andermal. »Waren Sie bereits bei Schimmek, Kollege? So, dann erzählen Sie mal, was Sie da erfahren haben.« »Aha, der Graf war also während des Telefongesprächs dabei.« »Habe ich mir gedacht. Die Ehegeschichte, zweite Heirat, kenne ich Haarklein vom Amtsrichter. Auch den Diebstahl, das können Sie sich schenken.« »Wie? Tatsächlich?« »Schimmek hat den Grafen und die Gräfin nachts im Boot auf dem See gesehen. Und wiederholt? »Aha, das ist etwas ganz Neues.« Davon weiß Mörner nichts, dem gegenüber Lippstedt ebenfalls immer den Gleichgültigen gespielt hat. »Das wirft meine Theorie über den Haufen. Schade. Sie war so schön. Alles passte so gut ineinander. Sogar der romanmäßige Schatz hatte sich dabei verwenden lassen. Und ich war sehr stolz auf diese Theorie, die mir geradezu zugeflogen kam, als Mörner den Diebstahl erwähnte und die Gerüchte, Blenkner wäre derjenige, welcher...« Blenkner ist ein Mann in sehr bescheidenen Verhältnissen, und der Schmuck gehörte seiner Tante, der Gräfin Hildegard, der ersten Frau, und war gräflich hersfeldisches Familieneigentum, das er dann in einer schwachen Stunde, um es der neuen Gräfin zu entziehen, die ihn doch mit ihrem Gatten zu entzweien verstanden hat, geraubt und in den See geworfen haben konnte. Nachher, so hatte ich weiter gefolgert, tat ihm dieses übereilte Versenken der Juwelen leid, und er suchte sie mit Hilfe Bollschwings wieder, im Taucheranzug und mit einer elektrischen Laterne bewaffnet herauszufischen. »Aha, Taucheranzug«, entfuhr es Schraut. »Sehr richtig. Das erklärt dann auch das Leuchten auf dem Seegrund.« »Sie sind ja so überrascht, Kollege. War Ihnen denn nach meinen naturwissenschaftlichen Bemerkungen auf der Chaussee, überleuchtendes Holz, Leuchtkäfer und so weiter nicht sofort klar geworden, dass hier nur ein Mann im Taucheranzug mit elektrischer Lampe und ein Zweiter, der die Luftpumpe bediente, in Betracht kommen konnten.« Mir kam dieser Gedanke schon in Berlin, und auch Holzmüller hat an diese Erklärung gedacht, wie er mir sagte. »Ich wusste nur nicht, was die Betreffenden auf dem Seeboden suchten. Erst Mörners Mitteilungen ließen die Vermutung in mir aufsteigen. Blenkner und Bollschwing hätten hier als Taucher gearbeitet, was technisch durchaus möglich ist, da der See nur acht Meter Tiefe hat und da man einen beliebig langen Luftschlauch als Verbindung zwischen der an Land befindlichen Luftpumpe und dem Taucherhelm benutzen kann. Ich sage, an Land befindlichen Luftpumpe, denn diese ließ sich hier im Walde leicht ganz versteckt aufstellen, so dass die beiden Verbündeten nicht nötig hatten, ein Boot zu benutzen. Doch zurück zu meiner, leider verfehlten, Theorie. Zu dieser passte ja auch tadellos das Verhalten Blenkners mir gegenüber. Er fürchtete eben, ich könnte hinter den wahren Sachverhalt kommen und wollte, so glaubte ich, durch Bollschwing hier schnell alle Spuren beseitigen lassen, die die beiden und ihre Tauchtätigkeit hätten verraten können. Des Grafen Lippstedt scheinbare Gleichgültigkeit gegenüber den Lichterscheinungen im See hatte ich mir wieder so ausgelegt, dass er sehr wohl den ganzen Zusammenhang zwischen dem Diebstahl und dem Seeleuchten ahnte, dass er aber aus alter Anhänglichkeit an Blenkner, den er geradezu geliebt haben soll, die Sache ihren Gang gehen ließ. Als er mich, den Liebhaberdetektiv, nun hier in der Maske des Leiermannes zu erkennen glaubte, hat er wohl ähnlich gedacht wie Blenkner, das heißt gefürchtet, ich könnte wirklich alles aufdecken. Deshalb wollte er mich für einige Zeit kaltstellen, bis sein Neffe eben die nötigen Vorkehrungen getroffen hätte, mir jeden Erfolg unmöglich zu machen. Sie sehen, lieber Schraut, nein, lieber Schüler, dass diese Theorie viel Bestechendes an sich hatte. Doch jetzt ist sie für mich erledigt, wenigstens in dem Hauptpunkt, dem Suchen nach dem Schmuck. Sie fragen, weshalb erledigt? Denken Sie doch mal nach, wenn der Graf, wie ich annahm, die Dinge laufen lassen wollte, wie sie liefen, wenn er seinen Neffen bei der Taucharbeit nicht stören wollte dann, dann wäre er doch niemals so und so oft mit seiner Frau, die den Schriftsteller förmlich zu hassen scheint und die ihn somit sicher nicht geschont, die der Graf aber aus diesen Gründen auch nie in seiner Ansicht von dem Seegeheimnis eingeweiht haben würde, in dunklen Nächten gerade auf dem See umhergerudert. Nein, niemals. Ich bin hier auf falscher Fährte gewesen, auf ganz falscher, aber wo finde ich die richtige? Er versank in Nachdenken, rauchte schweigend eine zweite, dritte Zigarette, starrte zu der silbern glänzenden Mondscheibe empor und schien Schrauts Gegenwart völlig vergessen zu haben. Dann sprang er plötzlich auf. Kommen Sie, Kollege, ich muss mich mal auf Blenkners Grundstück näher umsehen, sagte er. Der Gastwirt besitzt ein Rad. Es steht im Flur. Holen Sie es. Ich habe mir das des Amtsrichters geborgt. Ich habe es dort an der Chaussee im Gebüsch. Ich muss Gewissheit haben, ob tatsächlich Blenkner und Bollschwing die Taucher sind. Sie dürften die Ausrüstung jetzt, wo sie doch so lange in Berlin waren, bei dem Schriftsteller verborgen haben. Und die alte Wirtschafterin wird verraten müssen, was sie weiß? Wie? Das wird sich finden, trotz der Warnung, die Bollschwing ihr zukommen ließ. Gegen elf Uhr vormittags machte Amtsrichter Mörner dem Gefangenen einen Morgenbesuch. Harst war gerade bei einem sehr reichhaltigen Frühstück, das ihm der Gefängnisaufseher besorgt hatte. Die beiden Herren schüttelten sich die Hände und Mörner nahm dann auf dem Holzschemel Platz, während Harst sich auf den Bettrand setzte. Der Aufseher hatte hinter seinem Vorgesetzten die Zellentür wieder abgeschlossen und war davon gegangen. Nun, haben Sie in der verflossenen Nacht etwas Besonderes erlebt? Fragte der Amtsrichter gespannt. Sie wissen ja, wie sehr mich dieser Fall interessiert. Mehr noch Ihre Arbeitsmethode. Bisher glaubte ich stets, wirklich geistvolle Detektive wären nur in Büchern zu finden. Übrigens, auch ich bringe eine Neuigkeit. Der Graf war vor einer Stunde bei mir und fragte, ob wir bei dem Landstreicher, also bei Ihnen, auch eine genaue Leibesvisitation vorgenommen hätten. Dann meinte er etwas zögernd, ihm hätte es geschienen, als ob der Leierkastenmann eine fuchsige Perücke und falschen Barttrüge. Ohne Frage wollte er also auf den Strauch schlagen. Ich blieb ganz ruhig und erklärte, er täusche sich, Haar und Bart wären echt. Da ließ er ein sehr überraschtes Gesicht sehen. Und nach einer Weile wieder sagte er, als ob er plötzlich milder gegen die Vagabunden gesinnt wäre, »Meinetwegen mag der Kerl auch billiger wegkommen. Drei Tage Loch tun's schließlich auch.« Ich merkte auch, dass er stark beunruhigt war, weil sie nun doch der erwartete Detektiv nicht zu sein schienen. Er sah überhaupt sehr bleich und geradezu verfallen aus. Was ist nur aus dem einst so blühenden Mann in so kurzer Zeit geworden? Harst füllte sich die Kaffeetasse. Das böse Gewissen kann einem Übel zusetzen, Herr Amtsrichter. Lippstedt war ein ehrlicher Mensch, bevor er die Mathilde Mulack vor zwei Jahren in Berlin kennenlernte. Jetzt, doch davon später. Ich habe durch den Aufseher morgens eine Depesche unter ihrem Namen nach Berlin geschickt. Die Antwort dürfte mittags eingehen. Bitte händigen Sie mir dann doch das Telegramm sofort aus. Er trank die Tasse leer und bot Mörner eine seiner Miraculum an. Sie sind ja ganz versteinert, Herr Amtsrichter. Vielleicht deswegen, weil ich das böse Gewissen erwähnte? Oh, ich fürchte, zwei Ihrer Zellen hier werden schon morgen sehr vornehme Gäste bergen. Das Seeleuchten ist nämlich schon aufgeklärt. Sollte heute Herr von Blenkner zu Ihnen kommen, so bringen Sie ihn doch zu mir. Ich habe ihm in dieser Nacht, er ist morgens von Berlin eingetroffen, in seinem Landhaus einen Brief zurückgelassen, des Inhalts, dass es für seine Sache vorteilhaft wäre, sich recht bald mit Ihnen in Verbindung zu setzen. Fünftes Kapitel Das Erbbegräbnis derer von Lippstedt Mörner machte ein sehr wenig geistreiches Gesicht zu all dem. Ihm schwirrte förmlich der Kopf. Ganz mechanisch nahm er von Harst das brennende Streichholz für die Zigarette entgegen. Er wollte dann gerade den Mund zu einer Bemerkung auftun, als draußen im Gang schwere Schritte erklangen. Es war der Aufseher, der nun Harsts Zelle öffnete und meldete, Herr Amtsrichter, Herr von Blenkner wünscht Sie in einer sehr dringenden, führen Sie ihn nur herein, unterbrach Harst ihn. Wir warten schon auf den Herrn. Der Aufseher verschwand verdutzt. Sehen Sie, da ist er schon, meinte Harst zu Mörner. Das Vorspiel des Dramas ist zu Ende, der zweite Akt beginnt, denn der erste spielte sich in dieser Nacht zwischen mir und Blenkners Wirtschafterin ab. Sie werden sofort alles hören. Blenkner trat ein. Sein Blick ruhte prüfend auf dem rotbärtigen Leiermann. Aha, also hier sehe ich Sie wieder, Herr Harst, sagte er überstürzt. Dann reichte er Mörner die Hand. Harst war aufgestanden und bot Blenkner den Platz auf der Bettkante an. Bitte setzen Sie sich. Wir werden so manches zu besprechen haben. Ich stehe gern. Zigarette gefällig, Herr von Blenkner. Es ist eine Marke, die im Handel nicht zu haben ist, meine Spezialmarke. Wie haben Sie es in Berlin herausbekommen, dass ich bereits abgereist war? Waren Sie bei mir zu Hause? Aha, meine Mutter erklärte Ihnen, ich wäre krank, ganz wie ich's ihr geraten hatte, und dann haben Sie sofort Lunte gerochen, dass der Vogel in Wahrheit ausgeflogen war. Doch jetzt wollen wir den Amtsrichter nicht länger auf die Folter spannen. Die Herren werden ja aus den Zeitungen über meinen ersten kleinen Erfolg als Liebhaber-Detektiv unterrichtet sein. Die Aufklärung des an meiner Braut verübten Mordes war bedeutend einfacher als dieser Fall hier, den ich sogar jetzt noch nicht vollständig übersehe, obwohl die Hauptpunkte erledigt sind. Dass die Lichterscheinungen im See nur auf eine elektrische von einem Taucher gehandhabte Lampe zurückzuführen sein konnten, wusste ich sofort, zumal das Leuchten ja wandern sollte und nicht auf einer Stelle beharrte. Ein Mann im Taucheranzug suchte also irgendetwas auf dem Seeboden, und ein Zweiter musste ihm die nötige Luft mittels der Pumpe zuleiten. Zwei waren also ohne Frage dabei mindestens beteiligt, zwei gute Freunde, zum Beispiel sie, Herr von Blenkner, und ihr Intimus, Bollschwing. Harst entwickelte nun denselben Gedankengang, den er in der Nacht am Seeufer Max Schüler mitgeteilt hatte. Unterwegs auf der Chaussée riss an meines Sekretärs Rat die Kette. Ich fuhr allein weiter. Ich klingelte dann kurzerhand ihre Marie heraus, »Herr von Blenkner. All das kennen Sie bereits, aber dem Amtsrichter ist es neu.« Ich stellte mich Marie als Privatdetektiv Meier vor, der in ihrem Auftrage käme, um die Schritte des anderen Detektivs, Harald Harst, zu durchkreuzen. Marie nickte verständnisvoll. »Vor dem Harst hat Herr Bollschwing mich schon gewarnt,« meinte sie in ihrer Ahnungslosigkeit, »und vertraute mir vollständig.« Ich sagte ihr nun, »und das war ein Versuch auf gut Glück. Sie hätten mir befohlen, die Taucherausrüstung sofort im Walde zu vergraben, da sie ihnen in dem jetzigen Versteck nicht sicher genug verborgen zu sein schiene.« Marie nickte wieder, nahm die Lampe und führte mich in den Stall, wo in zwei großen, scheinbar mit Getreide gefüllten Kisten all das lag, worauf ich aus war. Als ich so sehr schnell ans Ziel gelangt war, erklärte ich dem alten Frauchen, »dies Versteck genüge durchaus. Wir könnten die Sachen ruhig in den Kisten lassen.« Dann bat ich ihre Wirtschafterin um etwas Genießbares. So fand ich Gelegenheit, mich mit ihr längere Zeit zu unterhalten. Sie plaudert gern, die Alte rühmte sich, ihr volles Vertrauen zu besitzen und war spielend leicht auszuhorchen. Ich tat, als hätten sie mich nur oberflächlich in die Sachlage eingeweiht, und obwohl ich nichts wusste, genügten allgemeine Andeutungen von dem Frauchen zu erfahren, dass sie, Herr von Blenkner, den Grafen und seine damalige geliebte Mathilde Mulack im Verdacht hätten, ihre Tante, die Gräfin Hildegard, ermordet, im See versenkt und das Märchen erfunden zu haben, sie wäre nach einem Streit mit ihrem Gatten nachts heimlich auf und davon gegangen und so dann bei dem Eisenbahnunglück in Köslin mit umgekommen, wobei dem verbrecherischen Paare die Unkenntlichkeit mehrerer bei der furchtbaren Katastrophe halbverkohlter weiblicher Leichen zustatten gekommen wäre. Ich dankte der Alten herzlichst für alles Empfangene, wobei sich mein Dank freilich mehr auf die geistige Kost bezog und verließ das Haus. Marie hatte nun auch unter anderem erwähnt, dass die Überreste der Toten, das heißt also der unechten Gräfin, in der Familiengruft im Park des Schlosses Schentovo beigesetzt worden wären. Ich sagte nun schon, dass ich, bevor ich meinen Gehilfen Max' Schüler am Seeufer traf, bereits das Schloss eine Weile umschlichen und dabei dem Grafen und der Gräfin in der Hauptallee des Parkes begegnet war. Sie gingen auf das Schloss zu und sprachen sehr leise miteinander, aber auch sehr erregt. Es war dies genau eine halbe Stunde vor Mitternacht. Jetzt, als Marie die Familiengruft erwähnt hatte, kam mir sofort der Gedanke, das Paar ist vielleicht in der Gruft gewesen, um sich zu überzeugen, ob der Verwesungsprozess an der Leiche der unechten Gräfin so weit vorgeschritten wäre, dass selbst die genaueste Untersuchung eine Entdeckung dieser Leichenunterschiebung unmöglich machte. Eine Stunde später, der Morgen begann bereits zu grauen, stand ich vor dem gemauerten, tempelähnlichen Erbbegräbnis der Grafen von Lippstedt. Ich drückte ein Oberfenster ein und kletterte in die kleine Kapelle hinein, stieg in die eigentliche Gruft hinab und fand hier den Deckel eines Eichensarges beiseite gestellt. Dieser Sarg enthielt einen zweiten aus verlötetem Zinkblech und dieser zweite war an den Deckelnähten von sehr ungeübten Händen, etwa zur Hälfte, gewaltsam geöffnet worden. Die Werkzeuge, Blechschere, Stemmeisen und Hammer waren in dem Sarge des Vaters des Grafen Erwin versteckt. Wären sie nun nicht ebenfalls auf die Vermutung gekommen, meine Herren, dass das Paar hier tätig gewesen ist, das lag so greifbar nahe. Ich fuhr dann schleunigst zurück, hier ins Gerichtsgefängnis, schlafen konnte ich nicht, wenigstens zunächst nicht. Ich ließ also alles nochmals an meinem kritischen Geiste vorüberziehen, was ich der alten Wirtschafterin an Neuigkeiten verdankte. Und siehe da, plötzlich machte mein Denken halt. Marie hatte mir berichtet, dass sie, Herr von Blenkner, den ersten Verdacht gegen das jetzige Ehepaar Lippstedt deswegen gefasst hätten, weil ihre Tante Hildegard in einer Lebensversicherung mit 100.000 Mark eingekauft war und weil der Graf für seine Berliner Geliebte derartige Summen verschwendet hatte, dass Bollschwing als Güterdirektor ihn wiederholt warnen musste, die Besitzungen nicht allzu stark mit Hypotheken zu belasten, also deswegen, weil sie arg wöhnten, der Graf hätte es auf die Lebensversicherungssumme abgesehen gehabt. Es ist doch so, nicht wahr? Blenkner bejahte. Ich will hier gleich noch Folgendes ergänzen, Herr Harst, meinte er, froh einmal zu Worte zu kommen. Wenn ich sie so halb als Gegner behandelt habe, so geschah dies lediglich deshalb, weil wir, Bollschwing und ich, mittlerweile doch zu der Überzeugung gelangt sind, dass mein Verdacht hinfällig ist, wenigstens was das Versenken der Ermordeten in den See betrifft. Ich fürchtete nun, denn wir waren entschlossen, weiter nach der Leiche zu suchen, dass durch ihr Eingreifen das verbrecherische Paar gewarnt und dass es alles tun würde, um jede, auch die geringfügigste Spur, die zur Aufdeckung des Mordes führen könnte, gründlichst zu verwischen. Deshalb schrieb ich den Brief an jene Redaktion in Berlin und erfand zwei Bootsunfälle, um sie abzuschrecken. Gewiss, ich hätte mich ihnen anvertrauen können. Das wollte ich aber nicht, denn mein Onkel ist ganz fraglos zu diesem Verbrechen nur verführt worden. Ich wollte, falls Bollschwing und ich die Wahrheit an den Tag gebracht hätten, in aller Stille mit dem Paare abrechnen, um die gräfliche Familie nicht bloßzustellen, wollte eine Scheidung zwischen den beiden erzwingen, um dieses intrigante Weib nicht länger die Nachfolgerin meiner Tante sein zu lassen. Mein Verdacht entstand damals sofort, als ich erfuhr, dass der Graf behauptete, seine erste Gattin wäre bei Nacht und Nebel davongelaufen und dann mittags darauf bei Köslin mitverunglückt, wo er sie nur an einem Brillantring an der linken, sonst halbverkohlten Hand wiedererkannt haben wollte. Ich bin überzeugt, er hat diesen Ring jener Leiche, die gerade am allermeisten durch das Feuer der brennenden Wagen gelitten hatte, nur übergestreift und auch ebenso dann in die Brandtrümmer, die noch glimmten, den Ehering und ein paar andere Schmucksachen hineingeworfen, um es noch glaubhafter zu machen, dass die sonst völlig unkenntlichen Reste die seiner Gattin wären. Gerade damals hatte er nämlich seine Geliebte hier in Malchin als Sommergast einquartiert, und ich habe festgestellt, dass er am Morgen nach der angeblichen Flucht meiner Tante aus dem Schloss sehr bleich hierhin zu seiner Geliebten gefahren und nach Bekanntwerden der Eisenbahnkatastrophe und ihrer Einzelheiten. Köslin liegt ja nur zwei Stationen entfernt, sehr eilig nach Schentowu zurückkehrte, dann abermals hier nach Malchin kam und nun erst überall erzählte, er fürchte, seine Frau wäre bei der Katastrophe vielleicht mit verunglückt. Harst war jetzt anscheinend ein sehr unaufmerksamer Zuhörer. Irgendetwas Neues schien seine Gedanken völlig abzulenken. Ich wünschte, ich hätte meinen Stutzfluegel hier, sagte er jetzt, als Blenkner schwieg. Ich spiele sehr gern Klavier und beim Fantasieren über Wagner-Motive, ich liebe Wagner über alles, sind mir schon als Staatsanwaltschaftsassessor stets die besten Gedanken gekommen. Bei diesem Mord stimmt etwas nicht, meine Herren, Soeben ist mir eingefallen, dass Marie den Grafen mir ebenfalls, bis auf seine Liebschaft mit der Mulag, als einen untadeligen, gutmütigen Ehrenmann geschildert hat, der für jedermann eine offene Hand hatte und der sich früher größter Beliebtheit erfreute. Wie sind sie eigentlich gerade darauf gekommen, dass die Leiche ihrer Tante in dem See versenkt worden sein soll, Herr von Blenkner? Weil Bolschwing in jener Nacht, als Tante Hildegard aus Schentowu verschwand, überhaupt verschwand, kurz vor Tagesanbruch zum Ansitz auf einen Rehbock ging und in der Dunkelheit auf dem See das hellgestrichene Ruderboot, das zum Schloss gehört, mit einer einzelnen männlichen Gestalt darin auf dem See gesehen hat, ziemlich dicht an der kleinen Anlegebrücke vor der Schlossterrasse, und weil er, bevor er es bemerkte, einen lauten Schrei ebenfalls vom See her hörte. Er kann aber nicht genau sagen, ob der Schrei aus weiblicher Kehle kam. Es war auch mehr ein Ruf, irgendein Name, der sehr laut gerufen wurde, meint er. Er hat damals diesen Beobachtungen keine Bedeutung beigemessen und erst als »Schon gut, danke«, unterbrach Harst ihn, fragte dann »Trauen Sie Ihrem Onkel einen Mord zu?« Offengestanden »Nein, wenn nicht so vieles gegen ihn spreche.« »Also nicht, Herr von Blenkner, das genügt mir. Ich bin jetzt überzeugt, Ihre Tante ist nicht ermordet worden. Sie befinden sich auf falscher Fährte, genau wie ich, der ich sie erst für den Dieb des Familienschmuckes hielt und dann ebenfalls einen Mord annahm. Der Charakter des Grafen und der Schrei sind das ausschlaggebende Moment hier.« Er rauchte ein paar schnelle Züge. »Was halten Sie überhaupt von diesem Diebstahl?« »Er hat nie stattgefunden, Herr Harst. Ich behaupte, die jetzige Frau des Grafen hat ihren Mann dazu zu bestimmen gewusst, ihn zu erfinden, um die Juwelen heimlich in Berlin verkaufen zu können, ohne Schädigung des Ansehens ihres Gatten. Bollschwing war es, der im Winter die jetzige Gräfin in Berlin einmal heimlich verfolgt und in einem Goldwarengeschäft hat verschwinden sehen, dessen Inhaber sich dann aber weigerte, anzugeben, was die Dame soeben bei ihm gewollt hätte. Dabei lag aber auf dem Verkaufstisch eine Perlenkette mit einem antiken Verschluss, die nach Bollschwings Beschreibung sehr wahrscheinlich aus dem Familienschmuck stammte. Das klingt durchaus glaubhaft, zumal doch der Graf anscheinend in letzter Zeit stets stark in Geldverlegenheit war. Ah, der Aufseher mit einer Depesche aus Berlin an den Amtsrichter. Das ist die erwartete Antwort. Sie gestatten, dass ich vorlese, treffe im Auto nachmittags ein. Wettgegner im Auftrage. Kammler. Das ist nämlich der Kommerzienrat Kammler, meine Herren, der eigentliche Urheber der Millionenwette. Er soll an Ort und Stelle erfahren, was es mit dem Geheimnis des Sees auf sich hat und soll, so hoffe ich, genau auch wie Sie beide noch heute, die Leiche der Gräfin Hildegard Lippstedt, sehen. Bitte fragen Sie nichts mehr, meine Herren. Finden Sie sich um zehn Uhr abends am Ausgang der Stadt auf der Chaussee hinter dem Bahnhof ein. Ziehen Sie sich die Schuhe aus, meine Herren. Es geht nicht anders. Wir müssen jedes Geräusch vermeiden. So sprach Harst vor der Seitenmauer des Erbbegräbnisses im Park von Schentowo und kletterte dann als erster durch das Fenster in die Kapelle hinein. Mörner, Bollschwing, Blenkner, Kammler und Schrautschüler folgten. Sie alle nahmen sich sehr in Acht und so gelangten sie lautlos bis auf die in die Erbgruft hinabführende Steintreppe. Unter ihnen schimmerte Licht. Man hörte metallisches Klirren, lautes Keuchen, das Knirschen einer Stahlsäge, schließlich eine weibliche Stimme. Erwin, ich vergehe vor Grauen. Lass doch die Tote, wo sie ist, ich flehe dich an. Glaube mir, du hast zu große Angst, dass dieser Harst uns schaden könnte. Wie soll er wohl auf die Vermutung kommen, dass die Tote gerade unten im Zinksarg liegt? Mein Gott, dieses hier übersteigt meine Kräfte. Ich, ich, schweig doch, schweig. Hast du nicht den ganzen Plan ersonnen? Hast du mich nicht elend zum Verbrecher gemacht? Und jetzt, wo wir die Leiche von hier fortschaffen müssen, da dieser Harst fraglos schon in irgendeiner Verkleidung hier herumspioniert, wenn ich nur wüsste, in welcher, willst du von Grauen und Angst sprechen, du, du, die ich jetzt als meinen bösen Geist verfluche, die mich noch zum Selbstmord treiben wird, da hielt Harst die Zeit für gekommen. Absichtlich räusperte er sich laut, betrat nun die Gruft. Die anderen drängten nach. Ein gellender Aufschrei der Gräfin. Der Graf selbst, stand regungslos neben dem Sarg, schaute den Eindringlingen mehr überrascht als erschrocken entgegen. Herr Graf, begann Harst, indem er auf den Zinksarg deutete, schon gestern Nacht verriet mir ihre begonnene Arbeit da, dass ihre erste Gattin sehr wahrscheinlich mit der unechten Gräfin diese letzte Ruhestätte teilte. Die Gräfin Hildegard hat sich aus Kummer über ihre unglückliche Ehe in jener Nacht im See ertränkt. Sie eilten ihr nach, riefen laut ihren Namen, konnten aber den Selbstmord nicht mehr verhindern, fischten die Leiche heraus, die wohl im flachen Wasser gelegen haben wird. Verbargen sie, fuhren zu ihrer Geliebten nach Malchin, die ihnen dann den Gedanken eingab, die Eisenbahnkatastrophe dazu zu benutzen, den Selbstmord zu verheimlichen und einen Versicherungsbetrug in Szene zu setzen. Da die Versicherungsgesellschaft bei Selbstmord die 100.000 Mark nicht auszuzahlen brauchte. Sie sind dann, als sich das Leuchten auf dem Seegrunde zeigte, häufig nachts im Boot auf dem See gewesen, um diese Erscheinung selbst zu untersuchen, die sie bei ihrem belasteten Gewissen beunruhigt haben wird. Anderseits wollten sie aber auch nicht die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf dies seltsame Phänomen lenken, damit nicht etwa Schloss Schentowow und der See der Mittelpunkt ihnen sehr ungelegener Nachforschungen würden. Da sie zu alledem schweigen, nehme ich an, dass ich meine Aufgabe hier restlos erfüllt habe. Graf Lippstedt verbeugte sich knapp, wandte sich dann an den Amtsrichter Mörner. Wir, jene Frau und ich, stehen zu ihrer Verfügung. Eine Woche später starb er im Gefängnis an plötzlichem rapidem Kräfte verfall, nachdem er noch zugegeben hat, dass seine zweite Gattin ihn zum heimlichen Verkauf des Familienschmuckes gleichfalls zu bestimmen gewusst hatte. Als Harald Harst dies durch einen Brief Blenkners erfuhr, war er bereits mit der Lösung seiner neuen Aufgabe beschäftigt, die ihm seine Wettgegner gestellt hatten. Der Brief interessierte ihn kaum noch, denn seine Gedanken waren vollständig durch die schwierigen Ermittlungen in Anspruch genommen, die dem Mord an dem Geldbriefträger Schmiedicke galten. Nur Max Schrauth hob den Brief als wertvoll auf, denn Harst hatte ihm ja, als er des ehemaligen Komikers schriftstellerische Ader festgestellt hatte, geraten, alles zu sammeln, was mit den Wettproblemen zusammenhing, und dies später in Form von Erzählungen zu veröffentlichen. Auf diese Weise ist diese Sammlung von Detektivgeschichten zustande gekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 untertitelung des ZDF, 2020 zu veröffentlichen. Untertitelung des ZDF, 2020 untertitelung des ZDF, 2020 wird vorgestellt,